hallo und herzlich willkommen hier zweiten folge hier gerade in thüringen 1 1 ja mal schauen ob die das packen jetzt mit den abladen und abfahren wegfahren wieder kann ja hier müssen mit dem gülle fass stand ja alles im wege das hat nicht geklappt warum weiß ich auch nicht bitte mal so naja das ist ungünstig jetzt nicht deswegen ist ja so so dämlich wenn man so viele fahrzeuge einmal hat so kippt er aus das ist ein langer anhänger das ist das problem die kurzen klappen besser dann wird den umändern auf hof 1 dann lassen wir gar nicht mehr groß hier abladen den checken wir gleich weiter dann fährt der hoch 1 das ist jetzt mit kurspläne ach so was ich jetzt aufpassen in den nimmten nehmt doch ich habe da noch nicht gemacht so hoch 1 junge schon wieder anklickt hier muss man wegfahren erst mal am besten in der richtung gucken wo kein traktor ist natürlich schwer hier muss man auf die sicht gehen also der maus ist link gewesen also der maus pfeil wenn der maus pfeil aufholt das grillschirm ist dann schaltet das grillschirm weg das unkünstlich sollte man auf 1 da war mal schauen wie dahin kriegt also der wird eigentlich funktioniert eigentlich gehen wir auf 15 weil so viel rein und 80.000 würden dann ist es gleich voll ja ich wünsche mir auch einen schönen freitag und für morgen ein schönes wochenende ab morgen ne das funktioniert schon mal nur noch klappen mit abfahren vielleicht sehen dass wir dann mal einen traktor kriegen wenn der glas nicht klarkommt wo auch immer da müssen ein bisschen was korrigieren und zwar das mir ein bisschen stört ist dass er nicht weit genug fährt dass wir hier vielleicht den einkurs dass er mir gerade ausfährt theoretisch den ein punkt mit ziehen das ist immer so ein bisschen feinjustierung ist nicht so einfach das ist immer noch ein wenig zentimeter und dann ist der tricker dran ne so das sollte eigentlich noch nicht leer kriegen ne also nur knapp das ist glaube ich leer geworden müsste leer sein so das macht unseren hier unseren hier problem vor warum hat jetzt der kollege nicht die gülle oder gärreste alleine aufgeladen wieso das letzte folge hat das geklappt mit aufladen manuell von der automatischen manuell hat geklappt ob ich jetzt nicht irgendwo einen punkt geben wo er sagt okay ab dann kannst du aufladen irgendwo hier muss jetzt ein punkt kommt wo er sagt hier müsste klappen anschalten anschalten dafür ist es nicht wahrlich aber nicht entleeren gefüllen ich möchte ja nicht mit dings arbeiten mit ja dann lasse ich sein dann mache ich die felder mit normalen dinge steht man dann hier um wege macht und kippen die ganze geschichte vielleicht mal dann später mal manuell da steht ja nicht am wege ja fängt nichts wo wir jetzt aussteigen irgendwo hakt man sich fest warum weiß ich auch nicht aber es kompliziert warum es so ist keine ahnung ist halt so im grunde muss ich keine gedanken mehr machen weil knappe vier wochen ist eh 22er da ich neige eigentlich mehr dazu um das neueste gern zu spielen das alte wenn ich das neueste habe dann eher nicht wenn ich mal ein spiel teste dann mal kostenlos bekomme dann nehme ich auch ganz gerne auch das alte dazu also als zugabe oft um ein neues zu kaufen ist ja mal so dass man die ältere version dann mal gratis bekommt als als blog angebot oder spieler das neue kauf dann versuche ich ganz gerne mal das ältere auszureizen und wenn dann plötzlich das andere auch gefällt dann kaufe ganz gerne mal nach aber es geht auf ich habe schon angst gehabt dass und die auf geht also wer das weiß ich war nicht lange her ist ich habe ja hier anfang des winters 2000 hier 21 also die uhr ist ja ja ist ja nicht im drinnen also der winter der jetzt davor war da hatte ich anfangs ja schon gefahren von der bgh und ja hat ja nicht so geklappt wie es klappen sollte angefangen um halbe silo leer also noch nicht mal viertel die ersten rad fahrer länge kann man sagen ja so ungefähr war frei dann war plötzlich eine kante super weil das glaubt gemacht in hoffen und das da klappt auch nicht schon mal nachgefragt über das internet fehler mal logisch gab probleme und zwar von anderen version da hat man eine speicher safe das machen sollen habe ich besucht wahrscheinlich ist es hier anders wie im 15er und speichertyp hier und wo es gespeichert ist aber nicht gefunden und es da im safe modus zu öffnen theoretisch ist ja alles möglich muss ja nur die werte auftauchen tja nicht gefunden denn habe ich als letzte methode angewandt der eine mod wo man das silo direkt öffnen kann man geht drauf auf ein geschlossenes silo das kann fertig gegärt sein muss aber nicht oder es kann zur hälfte gegärt sein man hat nur einen halben hänger zum nachkippen dann geht man rauf silo öffnen dann ist das maisgemisch halt frisch zu sehen man kann theoretisch nochmal ein mais ja in dem fall der mais frisch dazugeben und dann entsprechend nochmal verdichten und das kann man es komplett nochmal gehen lassen und ich habe das komplett geöffnet und gleich wieder geschlossen und dann habe ich das im prinzip fertig gehen lassen ja das frisch meistens alle das ist ich hab nix aber ich kann ja gleich mal eine ladung hinfahren sobald hier die anderen beiden folgen bei weiß jahre könnt ihr auch auch gras da muss man so nehmen denn kühlen ist eigentlich gras lieber ist halt ein tier was halt gras fest ist ja halt so machen wir nix vor ist so und damit weiß ist das an dem tier da machst du keine freude am arbeitsprojekt hat mir erzählt er hat ja kühe zu hause auch nur wenige ist jetzt mittlerweile eine rente der hat glück da muss das ganze theater nicht mitmachen mit dem festtesterei und dem mist und hat er mir erzählt wenn beides vorhanden ist also durch zufall dass grassilage und maissilage ist ja im siedel völlig egal wenn man verdichtes verdichtet ne dann wird es eh die silage und wenn das halt nicht gemischt ist dann raus hin packt die kühe frisch dann zuerst die grassilage das ist halt ein weide tier und kein körner futterer ne fresser aber meistens ja das wichtigste ist die körnermais jetzt wird für nacht am licht da haben wir auch nicht zwölf uhr fast ja ich hab spätschicht das ist immer so dann spiel ich halt nachts ne fällt mir leichter als wenn ich jetzt theoretisch nach der früche nach der früche mal schauen ob ich antikörper habe meine hoffnung also impfen kommt mir das biotech zeugt nicht in frage da hat mir die firma zu subjekt also zu korrupt wir sputen den 5 wäre ich eher zu haben noch besser wäre jetzt geht mein monitor aus spielabsturz oder nö abschluss passt keine gut dachte ich schon naja einfach so der monitor äh nicht ausschalten aber er hat das bild deaktiviert und desktop kam da ich ja die modus habe äh steht aktuell nicht verlegeraufnahmen modus dann gilt ja das spiel und ich darf den desktop man kann ja auch theoretisch bildschirmaufnahmen aktivieren da wäre das desktop zu sehen ja es ist kein geheimnis was da drauf ist aber wie gesagt das ist ja eher was für mich nicht weil ich alles habe aber wie gesagt nichts geheimnis ja es wird die bgh wenigstens leer verarbeitet was normalerweise so dass die bgh immer konstant gefüttert werden muss dann ist immer aktiv wenn man jetzt unterbricht dann ist es ungünstig aber der verbrauch ist glaube ich eher zu hoch aber wie gesagt das ist ja auch nicht reelle zeit hier wenn es reelle zeit gewesen wäre theoretisch also original zeit original ja so wie verkehrt im Kopf sagt man ja jeden tag dann wäre das so dass man sagen könnte ja pro tag die Menge geht rein und mehr kann die bgh nicht schaffen aber das ist ja hier nicht vorgesehen also so genau ist es ja nicht in der jahreszeit man kann ja einstellen pro jahreszeit von bis zu 24 jetzt glaube ich bei 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 19 da kann man hier theoretisch hochgehen ja 24 ich habe 6 das mal so und wenn wir eine jahreszeit wenn man so theoretisch vom märz bis 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 mai frühling mit meteorologisch gesehen ne mit dem unterschieden bezeichnungen für frühling und herbst kalendarisch oder meteorologisch und ich sage mal so das lässt sich besser berechnen mit meteorologisch von den tagen her dass zwei tage im märz sind zwei tage im april und zwei tage im mai für frühling was insgesamt dann 6 tage wären und somit wäre das ganz abgerundet mit drei wenn neun tage machen möchte kann auch fänden im winter ist ziemlich lang da das ganze problem also es waren zwar neun tage nicht schlecht aber im winter bis das schon ich will nicht sagen heftig aber kann sich letztendlich sehen was auch gehen würde theoretisch muss ich gucken mit dem Kühn also jetzt naja bevorste geht das sie mir nicht verhungern ne und dann weiß ich ja nicht was bei 22 also wir haben von vorn an gesagt es ist nicht was realistisch darstellt sollte nur die jahreszeit aber ich denke mal das wird irgendwann auch jemanden finden der das entsprechend auch als mod ergänzt und dann entsprechend das den so eben möchte ein bisschen Realismus haben aber nicht zu schnell fertig werden so soll es auch schon vor heute gewesen sein vielen Dank dass ich rein schauen tschüss tschau ja morgen geht es hier weiter hier in thüringen mit aber leider noch den Rest verkaufen an Maisflage ja mit Maisplusplusplus Erweiterung und die Karte ist auch fertig dafür tschüss Tschüss Tschüss